Ciao Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute spielen wir das erste Mal Mike... Alter, bist du laut, Junge. Ich muss dich erstmal... Hehehe, was geht ab, Freunde? Ich liebe dich. Alter, ist das stressig. Red nochmal ganz was mit mir. Gib mir deine Nummer, Baby. Besser so, Alter. Mach mir die traurige Musik an. Ja, ja, ja. Mach traurige Musik an. Okay, traurige Musik läuft. Ich hab kein Soundboard mehr. Hehehe. Alles klar, das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Ich muss den T-Speak updaten und dann zieh meine Plugins weg. Ich kann das heute mal abspielen. Wie weit bin ich jetzt? Das war meine Existenz. Ja, gut, dann ist es doch einfach gut, weil... Ja, dann halt doch einfach den Mund und lass mich ganz kurz erklären, was wir heute machen. Und zwar, meine Freunde, spielen wir heute das erste Mal Minecraft mit der Claw. Alphastein hat keinen Soundboard mehr. Alles außer Zoom habe ich, glaube ich, belegt. Ich kann mit der Claw mich hier komplett navigieren und alles und so weiter und so fort. Und wir spielen heute das erste Mal Master Builders mit dieser gottverdammten Claw, Alter. Wenn ihr ein komplettes Video über die Claw haben wollt, nochmal mit Minecraft, lasst auf jeden Fall da einen Daumen nach oben da. Ich kann hier, wie gesagt, sneaken. Ich kann hier fliegen. Ich kann hier alles. Ich kann mein Inventar öffnen. Und eigentlich brauche ich ja nicht mehr bei Master Builders. Ich glaube, für ein normales Spiel brauche ich dir auf jeden Fall ein bisschen mehr Tasten. Alphastein, es interessiert mich gar nicht, wie es dir geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich juckt jetzt. Ja, natürlich juckt es, weil das ist bei einem Mückenstich normal. Wir spielen eine Runde Master Builders, würde ich sagen. Und ich versuche einfach mal mit der Claw hier bestmöglich mitzuhalten. Hey, Ende. Mit was? Ende. Wer ist er denn hier, Alter? Junge. Hallo? Bruder? Hey, du bewegst dich gerade mit Claw. Ich bewege mich gerade mit Claw, ja? Ey, komm, komm. Ja, was? Hey, komm zu mir. Ja? Ja, das geht. Ja, natürlich geht das. Mag ich Spaß? Nee, also es ist schon ein bisschen ungewohnt tatsächlich. Ich habe Sprinten leider nicht belegt, das brauche ich ja bei Master Builders nicht. Aber tendenziell, eigentlich ganz chillig. Doch, funktioniert ganz gut. Mach Handcam. Ich habe eine Handcam drin, Bro. Ich habe eine Handcam drin. Also meine Tastatur liegt hier. Die nutzen wir an der Stelle mal nicht, sondern tatsächlich die Claw. Und das funktioniert. Ich bin mal gespannt, Alter, wie ich in Master Builders mit der Claw abschneide, Junge. Ich fände es mal richtig interessant. Keine Ahnung, Bad Wars oder sowas, Leute, mit der Claw. Lass doch auf jeden Fall mal gerne ein Däumchen nach oben. Was sagst du? Mag ich das? Nein, es sind nicht genug Leute drin. Es funktioniert nicht, wenn nicht genug Leute drin sind. Ich glaube, die sind alle geläfft. Pass auf, ich gehe nochmal in eine neue Lobby rein, Alphastein. Es dauert mir zu lange. Ja, und klar, für Slash Hub und sowas brauche ich natürlich meine Tastatur, weil obviously kann ich mir dieser Claw nicht schreiben, beziehungsweise könnte ich aber das... Also ganz ehrlich, das wäre ein bisschen zu umständlich. Gut, neue Lobby, neues Glück. Let's go. Wen haben wir denn hier alles so? Aha, Melis ist mit am Stein. Oh, bitte, kudu, oh, okay, alles klar. Hä, bin ich auf Minecraft immer gespielt? Ja, aber Minecraft ist komplett dead, Alter, da spielt keiner mehr. By the way, meine Freunde, falls ihr Bock habt, dass das Ganze mal auf dem Review-Server endlich draufkommt, bitte, meine Freunde. Ich bitte dich. Smackt mal hier den Like-Button geisteskrank nach oben, damit meine Admins endlich davon überzeugt sind, Leute. Wir brauchen Master Builders auf dem Review-Server. Genau, und ich habe gesehen, dass super viele Leute von euch keine Subs bei mir sind. Also subbt da auf jeden Fall mal rein, auf Ehre. Sowas machen wir. Wir bauen, wir bauen einen Head, wir bauen einen Head, wir bauen einen Kopf. Da habe ich Bock drauf, Alter, wir bauen einen richtig niceen Head. Geil. Digga, wir bauen einen richtig coolen Head. Let's go. Was denn? Also wir voten jetzt hier, wir bauen einen Head, okay. Gut, Leute, ein Head. Ich muss erst mal ins Inventar gehen. Auch alles hier mit der Klau möglich. Ich baue den hässlichen Kopf. Ja, natürlich baust du einen hässlichen Kopf. Wen willst du denn bauen? Dich selber oder was? Lull. So, dann machen wir erst mal den Boden hier. So, und dann den Kopf. Ja, hier läuft schon immer Musik, Stein, das ist so. So. Mann, Rebi, ich habe dich so vermisst. Ja, ich habe Minecraft richtig vermisst, Alter. Du hast in letzter Zeit zu viel Fortnite gespielt, aber jetzt bist du endlich wieder da. Ja, ich habe dich nicht so sehr vermisst, bin ich ganz ehrlich. Ja, du magst mich. Ich mag dich auch. Nee, tatsächlich nicht. So, dann fangen wir mal an. Alter, ich muss mich erst mal hier an das Movement gewöhnen. Man zieht mir endlich zusammen, Bruder. Alphastein, wir werden auf jeden Fall nie mal zusammenziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schwierig mit dieser Klau. Shit, Junge. Oh mein Gott, ich werde nicht fertig werden. Ich werde jetzt schon nicht, ich sage es jetzt schon, ich werde nicht fertig werden. Alter, Scheiße, Mann. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ihr merkt es. Oh mein Movement, Alter. Bro, das ist so schwammig. Alter. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Okay, ich hätte mich ein bisschen darauf vorbereiten sollen. Ich bin voll spannend bei dir. Alter Schwede. Ja, ich werde nicht fertig werden, Bro. Ich werde auf jeden Fall nicht fertig werden. Oh nein. Das kann ich dir schon mal sagen. Warum bist du, wie du bist, Alphastein? Ich verstehe dich einfach als Menschen teilweise nicht. Dann treffen wir uns wieder. Nein, Alter, alles entspannt. Nee, nee, muss nicht sein. Hallo. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Ja, du bist ein Mensch. Ich habe auch Gefühle. Ja, ich dachte mir, dass du das jetzt sagst, aber das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Also bin ich ehrlich, wie du fühlst und was du denkst, juckt mich persönlich nicht so. So, okay, okay, alles klar. Kopf, Leute. Ein Kopf muss gebaut werden, Alter. Ich baue ein. Ja, natürlich. Das ist doch die Aufgabe, Alphastein. Warum solltest du irgendwas anderes bauen? Alphastein. So. Augen. Ich bin Soundboard. Ich will Musiker spielen. Nee, das ist gut so. Das ist gut so. Das ist sehr entspannt für mich gerade tatsächlich. Das ist wirklich das beste Update, was wir jemals hatten. Alphastein ohne Soundboard. Ist sehr geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte ich mich fast schon dran gewöhnen. Ich hoffe mal, dass du nie wieder ein funktionierendes Soundboard findest. Alter, ich werde hier nicht fertig. Was habt ihr? Ich werde hier nicht fertig werden, Leute. Ich habe meine Connections. Ich habe die, du weißt, äh, Fortnite-Mitarbeiter. Ich habe auch Team-Speak-Mitarbeiter, Minecraft auch. Alles klar. Ich bin mit jedem verbunden. Das ist eine Lüge. Ja, okay. Glaube ich denn an der Stelle einfach mal nicht. Passt schon. Okay, ich darf die Tastatur nicht benutzen. Du hast vollkommen recht. Ich soll das Maul halten. So. Ey, vielleicht schaffe ich es doch noch, Leute. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott, ich kriege es doch hin. Geil, Alter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Drei Minuten. Scheiße, Alter. Ich habe nichts. Okay, das wird, du hast gar nichts gebaut. Doch, bis jetzt. Aber ist... Oder geil? Nein, der sieht hässlich aus, aber ja. Aber ja. Das ist doch die Hauptsache, aber ja. So. Leute, ich glaube, das kann sich sogar sehen lassen, was ich hier mache, Alter. Junge, ich werde das Crack mit der Claw in Minecraft, Alter. Es gibt kein Game, in dem ich die Claw nicht besser machen kann. Ich bin insane damit. Ich bin ein Gottverdames Tier, Junge. So. Hier nochmal ganz kurz den hier hin. So. Und den hier. Jetzt brauchen wir Haare. Die machen wir natürlich richtig schön. Boah, ich habe einen fetten Popel in der Nase. Eklig. Richtig. Hol den raus. Nee, nee, nee. Jetzt nicht im Video. Bei dir, ich kann auch vorbeikommen. Ich kann dir helfen. Alter, Alperstein, bitte entspann dich einfach. Ansonsten. Äh, wie sind Sie mit den Freunden? Das machen wir untereinander. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand mit irgendwem mal gemacht hat, einen Popel rauszuholen. Also schon echt. Ich komme mal auf die Situation. Ja. Also ich wüsste jetzt keine Situation, wo es angebracht wäre, dass jemand mir einen Popel aus der Nase holt. Bin ich ehrlich. Überhaupt, du bist ja verliebt. In wen, in dich? Auch. Nee, tatsächlich nicht. Ja. So. Ist halt eine ziemlich wilde Frisur hier, Leute, mit dieser Haarfarbe. Aber ey. Ey, wir werden fertig, Mann. Wir werden fertig. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, das funktioniert alles. Ich nehme auf. Es läuft. Es ist geil. Okay. Let's go. Let's go. Okay, und als nächstes magst du PvP mit der Klau? Alter, da werde ich so auf die Fresse bekommen. Von mir, ja. Ey, Leute, das ist doch mal ein geiler Head hier. Das ist doch mal ein geiler Head. Komm, wir können ihm noch sogar einen Bart machen, wenn wir wollen. Mann, richtig hässlichen. Ist okay. Hätte ich auch nicht mehr von dir erwartet. Ey, jetzt ist sie schnell. Guckt ihn euch an, Leute. Boom, Junge. Let's go, Alter. Ehre. Alter, Leute, das ist ein geiler Head, den wir haben. Okay, jetzt wird gevotet. Tja, Digga, also da. Oder was los, Digga? Einfach super Pup, Junge. Absoluter Abfall, Digga. Wirklich, das ist ja mal kompletter Trash. Das ist ja eine richtig peinliche Angelegenheit hier, Digga. Das ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Was ist das hier? Hä? Ja, keine Ahnung. Ist halt, also ist halt eine Person, ist halt ein ganzer Kopf, ne? Pup, würde ich auch sagen, irgendwie. Ist nicht so geil. Oh mein Gott, Alter. Was ist das? Hä? Hä? Ah, okay. Es ist 50 Cent. Es ist 50 Cent. Nein, Stein, das ist einfach, einfach ein gutes Gebäude. Nein, es ist 50 Cent. Junge, was ist das hier? Ein Creeper-Kopf. Achso, ja. Oh man. Oh man. Halt deine Fresse, bitte. Kreative Idee auf jeden Fall. Ja, super Pupa an der Stelle, einfach nur Abfall, Digga. Kann man nicht anders sagen. Das ist nicht schön, das ist ziemlich, ziemlich hässlich tatsächlich. Das kotzt mich richtig an. Oh, Alter, der ist ja heftig. Alter, heftig. Und das mit der Klau, Junge. Digga. Wo ist das gebaut? Der, gib mir rot. Ei, hallo. Was soll das, Junge? Was ist das denn, Alpha Stein? Hehe, ein hässlicher Junge. Das bin ich. Ey, Stein, Junge, hör mal auf, Alter. Was soll das? What the fuck soll das? Ja, Digga, das ist ja mal, Alter, das ist ja mal absoluter Albtraum, Junge. Da gebe ich auf jeden Fall mal ein, ja, doch, ist okay. Aber es ist trotzdem Albtraummaterial, Junge. Ähm, RIP. Er hat den Kopf einfach abgeschnitten. Gewaltverherrlichung. Millis, tut mir leid, will ich bei mir in den Videos nicht haben. Nein, super Pup, Alter. Weil es gewaltverherrlichend ist, deshalb. Ja, ist auch okay. Okay, hier haben wir ein Chicken, ja, ist nice. Kann man machen, kann man machen auf jeden Fall. Leute, die Klau in Minecraft, Alter. Guckt mal hier, Leute, wie das lübt hier. Das lübt, Alter. Hat der denn hier irgendwo... Ja, das ist ja wirklich... Digga, diese Haare hier oben drauf. Das geht nicht. Digga, das ist doch, das ist doch wirklich... Also, das ist doch insane. Ja, okay, not bad, finde ich okay. Muss ich sagen, bis jetzt war, glaube ich, deins das zweitbeste, Alter. Das kann nicht sein. Junge, du bist cracked on the keys. Was geht bei dir? Pixel Art, aus Prinzip, super Pup, Leute. Ihr müsst es lernen. Pixel Art ist Abfall. Abfall. Und das macht man in Minecraft nicht, ja. Also wirklich. Oh! Boom, Junge! Hä? Alter! Wie viel Klapp ich dich? Stark. Wie viel da bist du geworden? Dritter. Dritter, Digga, dritter. Oh, steig, Alter. Not bad, mein Bro. Also, Leute. Minecraft und die Claw. Ich glaube, das könnte eine Beziehung zwischen uns beiden werden. Klar, ich meine, jetzt im Creative ist es mega easy. Ich muss halt mich echt ans Movement gewöhnen, so. Ich hätte gerne meine Zoom-Taste zurück. Und natürlich, wenn ich rein chatten möchte, brauche ich... Nee, du brauchst nichts schreiben. Wir brauchen dann die unnötigen Kommentare nicht. Was soll das denn, Digga? Ein Fett ist GG an alle. Muss ja wohl mal sein, Alphastein. Also, tu mir leid. Also, du kannst jetzt hier nicht... Aber wie gesagt, ich muss auf jeden Fall eine Sprint-Taste belegen. Ihr seht das hier, Leute. Das ist, äh, ohne Sprinten ist es halt wack. Waffen switchen. Tu man sowieso in Minecraft... Äh, switchen oder Waffen mit Scrollrad oder mit den Num-Tasten? Scrollrad. Ja, Digga, das ist OG-Sche. Das macht, glaube ich, jeder. Ich glaube, da braucht es nichts anderes. Ich glaube, sogar Danny arbeitet so. Also, Danny ist eine Maschine in PvP, so wie Basti. Alles im All-Neu-Inventar. Du liebst deinen Vater? Ja. Okay, alles klar. Reden wir nicht drüber. Sneaken funktioniert. Eine Sache möchte ich dir mal ganz kurz ausprobieren, ob ich das hier auch hinbekomme. Ah ja, guck mal hier. Das funktioniert auch. Sehr geil, Leute. Also, eigentlich läuft das alles sehr stark. Okay, Claw in Minecraft. Kann ich mir vorstellen, Leute. Wenn ihr Bock auf mehr davon habt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Interessantes Konzept nach und vor. Interessantes Ding. Leute, wenn ihr Soundboard-Comeback wollt, ich gebe mir Mühe, Leute. Ich lasse einfach gleich da. Ich hole mein Soundboard zurück, bitte. Ey, Digga, Alphastein, das muss wirklich nicht sein. Guck mal, weißt du, jetzt mal ganz kurz. Junge, wer bin ich? Nee, Digga, du bist Alphastein und es ist voll fein, wie du bist und du brauchst dieses Soundboard nicht, okay? Lass uns einfach das Ding quitten. Alles fein. Die Leute haben nice Aufnahmen, ohne dass sie genervt von dir sind. Ist doch cool, oder? Nein. Perfekt. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock auf weitere Sachen habt, dann, oh, Junge, ein Jump'n'Run damit. Das wird ja eklig. Guck mal hier, ich merke's gerade. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga, ich werde damit. Alter, Cast the Rush mit der Claw, Jungs. Das ist es. Wir haben zehn Minuten. Ich bin raus, meine Freunde. Okay, tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020